Hallo Leute und Willkommen wieder zu einer Runde BATWOSS auf dem GOMBIEZUFU Heute wieder eine Runde am Start, also ich spiele wieder eine Runde BATWOSS am Start Und ich hoffe soweit euch geht es wieder gut Ich nehme diese Folge relativ früh auf tatsächlich heute Sehr sehr früh Das hat den Grund ich muss gleich schon wieder außer Haus Ja ich muss gleich wieder außer Haus Und zwar zur Wohnung Da kriegen wir heute Lieferungen Und ich muss Sachen aufbauen weiter Und ich muss noch Sachen rüberfahren So viel noch heute zu erledigen Und dann muss ich Das alles vormittags, heute ist Dienstag Das alles vormittags Jetzt gerade nehme ich morgen schon die Folge auf für heute Dann Ähm Was noch, was noch, ich wollte noch was sagen Genau, dann vormittags das alles machen Dann Um Circa Ne, nicht um circa um 14 Uhr Ist dann heute auch wieder Livestream Ich will ein Gold haben Da fehlt mir, mir fehlt ein Gold Da ist der Gold Irgendwie bewegt er sich nicht, wenn ich ihn schlage Ich glaube der ist verbuggt 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 Nennen wir es einfach mal verbuggt Lass einfach Okay Ich lass dich einfach mal hacken Kein Problem So Heute ist um 14 Uhr dann wieder Livestream Und wenn ich den Livestream geschafft habe Dann Heute Abend Muss ich anfangen Vorzuproduzieren Ja, ich hol mir mal den guten Bogen Für die Gamescom Heißt heute Echt voller Terminplan, Leute Sehr, sehr viel Stress Und morgen früh am Mittwoch um 8 Uhr oder früh Geht es dann auch schon los zu Gamescom Da werde ich dann am Mittwoch Nachmittag sein Wow Das alles dazu Ähm Das juckt den Jungen auch nicht Irgendwie bekommst du Kein Knockback Bist du ein Zauberer? Bestimmt ein Magier, Leute Hör auf zu schreiben, Mann Ja, wie kein Knockback Du wirst mich auch Für dumm verkaufen, oder? Komisch, dass du instant gestorben bist Richtig merkwürdig Hm Jetzt bekommt er wieder kein Knockback Merkwürdig, Leute Da ist auf jeden Fall Galileo Mystery Galileo Mystery muss her Dummer Hacker Gut Leute, das ganz klar Brauchen wir Galileo Mystery Das war ja echt merkwürdig, ja Oh Mann Der war auf jeden Fall Hat auf jeden Fall nicht gehackt Ne, wenn er sagt Ne, nein Wird das wohl stimmen, ne Meine Videobeweise lügen, Leute Die lügen einfach Mann So, meine Damen und Herren Jetzt brauchen wir erstmal Noch die Nubi-Nub-Rüstung Das wäre doch mal was Das wäre richtig nice, Leute Oh, ich freu mich schon Auf das neue Tube-Clash, Alter Das wird lustig, Mann Nominiert mich Ich will da sein Auf der scheiß Insel Ne, es wird keine Insel sein Es wird ein neues Setting sein Aber ich will da sein Mann, das wäre so lustig Ich würde das richtig feiern, Mann Also Macht, dass ich da bin Punkt Sonst hasse ich euch. Einen Spaß. Ich kann euch gar nicht hassen, Leute. Aber es wäre wirklich funny-fresh. Wir bauen uns zu Gelb, denn Gelb muss sterben. Sterbi, Sterbi, Sterbi. Sterb. Es wird mit I geschrieben. Sterbi? Du hast wen getötet? Ey, das ist doch mal nice, Leute. Very good. Wer lebt denn noch? Ich glaube, Schwarz. Hallo, Schwarz. Ich bin hier, um dich zu töten. Um deine gerechte Strafe zu... Nein. Aus, Schwarz. Oh. Leute, du bist nicht runtergeflogen. Du musst Hacks anhaben. Ganz klar. Schreiben immer Leute, Elle. Nachdem... Wisst ihr alle, schreibt, bin ich ja echt ein Profi-Hacker, Mann. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszell. Na, 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 na. Ein Hacker, der keinen Norg-Bag kriegt. Auf dem Einer-Weg, den töte ich heut Nacht. Oh Gott. Na, 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 na. One, 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 one. Oh, ja. GG, einfach mal One-Shot. Klick, klack, boom, One-Shot. Na, 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 na. Hey, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wie alles ein taubes Nüsschen, yeah. So. Es lebt nur noch Grün, der meinen Namen trägt. La, 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 la. Ba, 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 ba. Eins, zwei. Oh ne, du fällst ja schon. Hui, oh. Hast du sehr gut angebaut. Und down. Ich hoffe, die Runde hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Und bis da, tschüss. Wurde mir irgendein Kind nicht angerechnet? Ich hab nur drei. Ich hab aber mehr getötet. Vier, glaub ich.